Ladies and Gentlemen, Joko Winterscheidt, der geborene Entertainer und das perfekte Opfer. Wenn ich hier diese Show heute stehle, Joko. Diesmal unter dringendem Verdacht auf Showdiebstahl Nina Chuba, Tommy Schmidt und Kurt Krömer. Wenn ich jetzt die Bühnen habe, moderiere ich den schon? Der Sonntag. Wir veranstalten einen Raze. Ist gerettet. Sein Job endlich wieder in Gefahr. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die neue Staffel. Wer stiehlt mir die Show? Ab Sonntag 20.15 Uhr. ProSieben. Oder vor Upstream auf Join.